Ich hätte mal eine Frage. Ich glaube, die interessiert mehr Leute. Ich lese ja fleißig Zeitung und da gibt es immer diese Aufstellung. Diese Aufstellung hat es jetzt mittlerweile nicht mehr auf die erste Seite vom Landkreis geschafft, aber es kommt immer öfters ein. Zu dieser Aufstellung hätte ich mal ganz einfach eine Frage. Warum stehen dort nie Anzahl der Tests? Es ist nie ein Bezug dazu zu lesen, wie oft oder wo und wie viel getestet wurde. Einfache Frage, einfach Antwort. Warum? Oder sind es doch nur eher Wetterbericht und Lottozahlen? Ich freue mich auf eine Antwort. Ich freue mich auf eine chwile. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020